Hallo und herzlich willkommen zu Part 148 von Final Fantasy XIV. Und wir sind jetzt direkt vor dem Gebäude, wo wir auch immer hin müssen. Und wir gehen jetzt da mal rein. Ich wollte mit euch zusammen reingehen. Oh schön, die Sonne geht auf. Das ist ja cool. Gleich mal den... Oh nein, das Chocobo-Verleiher, den müssen wir nicht abchecken. Aber den hier vielleicht... Halt! Gehen wir doch erstmal hier rein. Oha. Ich muss kurz mein Auge kratzen. So. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Hier im Camp Drachenkopf freuen wir uns stets über Besucher aus fernen Landen. Auch über einen Chocobo, der auf deinem Tisch steht. Wenn ich mir deinen gestellten Körper so ansehe, musst du wirklich einen weiten Weg zurückgelegt haben. Was führt dich hierher? Da gibt's so einiges, das ich dir erzählen muss. Eine Empfehlung von Francel? Er möchte also, dass ich dich unterstütze, solange ihm die Hände durch diese leidigen Anschuldigungen gebunden sind? Dem guten Francel würde ich nie einen Wunsch abschlagen. Seine Freunde sind auch meine Freunde. Sag, wobei kann ich dir helfen? Ja, da gibt's auch so einiges. Hm, die Enterprise. Hm. Wenn das Luftschiff tatsächlich kurz vor der Katastrophe verschwunden ist, dann wird die Suche danach schwierig. Damals herrschte auch in Ishgard gerade Chaos. Du wirst dein Bestes geben müssen, um erfolgreich zu sein. Doch verzage nicht. Beim ehrwürdigen Namen der Familie Fontamp gelobe ich dich mit ganzer Kraft zu unterstützen, so war ich Hauch-He-Fan-Heiße. Heiße. Lass uns reden. Und es... Uh! Es gibt was Neues zum Anziehen, das ging aber schnell. Bevor wir mit der Suche nach dem Luftschiff beginnen, habe ich eine Bitte an dich. Und zwar möchte ich, dass du gegen meine Ritter kämpfst. Ja, du hast richtig gehört. Du sollst gegen sie kämpfen. Doch nur, um ihnen deine unorthodoxe Kampfweise zu demonstrieren. Ihr Abenteurer beherrscht ganz andere Techniken als unsere Ritter. Es kann nicht schaden, wenn sie diese am eigenen Leib erfahren. Sie werden dich vor der Westmauer treffen. Warte dort auf sie und du musst dich nicht zurückhalten. Das werden sie nämlich auch nicht tun. Okay. Kopfgeld jagt auf Schneewölfe. Ich will keinen Schneewolf töten. Was gibt's hier? Ja, das muss ich annehmen. Was ist denn das? Kapfenrot. Ne, wir nehmen da die Schuhe. Passt nämlich dann. Mit Karakul fängt man Oga. Abenteurerin! Bla 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 bla. Oga, Oga, Oga. Oh, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Sprinten ist ja jetzt hier. Hey, Sitt! Ihr seid beide auch da. Alfino ist auch hier. Nicht schlecht. Sitt und Alfino sind auch hier. Wusste ich gar nicht. Warum hat mir das niemand gesagt? Ich weiß jetzt nicht, wo ich da hin muss. Wir werden es aber gleich feststellen. Das ist falsch. Dann gehen wir so. Ich würde sagen, wir fassen jetzt erstmal den Etterrüt an. Wir harmonisieren uns mit dem Etterrüt. Dann brauchen wir den auch. Die mache ich alle jetzt daneben bei. Also es ist was Cooles. Dann nehme ich es vielleicht mit auf. Sehr gut. Was habt ihr? Vielleicht hat der Handschuhe für mich oder so. Ah, ne, das will ich nicht. Und du? Hast nichts für mich. Gut. Ich habe schon seit einer halben Ewigkeit keine Handschuhe mehr bekommen. Ah, da unten ist einer. Oh, da sind aber viele Drachen. Wir killen aber erstmal den Sebastian. Oh, das war ein anderer Quest. Okay. Auch nicht schlimm. Okay, den mache ich später. Ich gehe jetzt erstmal zu dem hier. Nee, wir gehen zu rein. Ich denke, da kommen wir irgendwie durch. Vielleicht so und dann... Nee, oder? Das ist schon wieder alles so verwirrend hier. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich gehe jetzt einfach mal außen rum. Aber es sieht so aus, als würde ich da nicht durchkommen. Wir werden es gleich sehen. Geh weg. Oh, oh. Sie haben mich nicht erwischt. Aber sie laufen mir hinterher. Hilfe! 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 Aber hier sind die Gegner schon ziemlich stark. Ich glaube nicht, dass ich hier hin muss. Aber vielleicht ja doch. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. Ich werde es rausschneiden. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, und schon bin ich wieder da. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Du sollst viel Kampferfahrung besitzen und die eine oder andere ungewöhnliche Technik beherrschen. Ich bin schon sehr gespannt. Alter, ich hänge fest. Wieso bin ich jetzt... Ah, die haben mich... Okay. Ich habe es kapiert. Ach, die haben doch keine Chance. Die sind voll lappig. Zerstöre sie. Einfach so. Oh, oh. Und jetzt? Ach so. Wir müssen ihm Bericht erstatten. Dann können wir ja gleich mal gucken, wie wir da jetzt wieder hereinkommen. Ach so, das war einfach so. Wieso habe ich das nicht gesehen? Hm. Da habe ich mich wieder blöd angestellt. Naja. Egal. Ihr wart bis hierher zu hören. Das muss ein heißer Kampf gewesen sein. Wir Ritter der Familie Fontan stellen in letzter Zeit zunehmend Söldner und Abenteurer in unsere Dienste. Darüber sind die anderen Ritterfamilien nicht gerade erfreut. Doch jemand wie du wird sie überzeugen können. Wenn sie erst von deinen Heldentaten erfahren, werden sie ihre Vorbehalte ablegen. Es wird höchste Zeit, dass die eingerosteten Strukturen Ischgards ein wenig aufgebrochen werden. Dafür danke ich dir schon jetzt. Ich habe übrigens ein Boot nach Ischgard geschickt, der sich dort mal für dich umhören soll. Bis zu seiner Rückkehr werden wir hier Nachforschungen über den Verbleib der Enterprise anstellen. Ich denke, bei der Suche nach dem Luftschiff sind wir auf die Hilfe aller Ritterfamilien angewiesen. Jede Familie kontrolliert andere Gebiete und verfügt über eigene Informationsquellen, auf die wir Zugriff erhalten müssen, um mit unserer Suche ganz Kuertas abzudecken. Sprich zunächst in Camp Drachenkopf mit der Dame Nin vom Haus Fontan und anschließend in der Himmelswehr mit dem Buchhalter Kavillard vom Haus Heilenhard zu guter Letzt stattest du vom Haus Durendar im Observatorium einen Besuch ab. Es ist nicht gut, auf Fremde zu sprechen, aber wenn du ihm sagst, dass ich dich geschickt habe, sollte er mit dir kooperieren. Dann bleibt noch die Familie Zemael, doch die werdet ihr direkt kontaktieren. Die werde ich. Tut mir leid. Also viel Erfolg. Ich weiß nicht, warum ich mich dauernd verlese. Das ärgert mich selbst. Ne, das wollte ich ja nicht machen. Also sprechen wir mal mit Nin. Die ist ja gleich hier. Die habe ich ja vorher schon gesehen. Ein Luftschiff der Galant Metallwerke? Hm. Früher oder später kommen mir alle Gedüchte zu Ohren, die in der Familie Fontanp die Runde machen. Doch von der Enterprise habe ich noch nie etwas gehört. In letzter Zeit reden alle nur noch von den Heretikern. Sogar der junge Francais soll vom rechten Glauben abgefallen sein. Ich bin gespannt, wie die Familie Helen Hart diese Schande ausbügeln will. Ich laufe jetzt mal zu den anderen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder mit einem wundervollen Kostüm. Ich muss euch mal mein Outfit zeigen. Das sieht so gut aus. Ich frage mich, was sich einer, ein Mensch bei der Hose gedacht hat. Und das hat so gut angefangen. Ich dachte mir, wow geil, das Oberteil schaut echt cool aus. Vor allem die Farbe ist total genial. Und dann so, bam. Eine nicht vorhandene Hose. Und dann dachte ich mir, ey, die Schuhe, die machen es bestimmt aus. Und dann dachte ich mir so, bam. Passt überhaupt nicht. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum man da so ein Outfit macht, wenn eine Schneewald da ist. Aber hey. Ah, wie gern würde ich dir und Hauchfond helfen. Doch ich fürchte, aufgrund der haltlosen Anschuldigungen gegen unser Haus sind mir die Hände gebunden. Angeblich sollen mehrere Mitglieder der Familie Helnyard der Heresie verfallen sein. Natürlich entspricht das nicht den Tatsachen. Dennoch muss ich die Verteidigung gewissenhaft vorbereiten. Okay. Und ich lauf zum Nächsten. Wir sehen uns gleich wieder. Und schon sind wir wieder da. Ha, das sieht den rückgratzlosen Feiglingen der Fontaine mal wieder ähnlich. Sich zu Handlangen einer dahergelaufenen Abenteurerin zu machen. Doch nicht mit mir. Wir befinden uns mitten im Krieg und seit der neue Erz-Inquisitor Gulliom im Amt ist, werden immer mehr Heretiker enttarnt. Ischgard hat andere Sorgen als ein verschollenes, fremdes Luftschiff. Hauchfond täte gut daran, sich an seine Pflichten als Ritter von Ischgard zu erinnern. Und ich lauf wieder zum Hauchfond und wir sehen uns gleich wieder. Und schon sind wir wieder da. Nun, wie ist es gelaufen? Nein, deinem enttäuschten Gesicht nach zu urteilen nicht gerade gut. Das ist bedauerlich, doch durchaus verständlich. Seit hochstehende Adelige der Ketzerei überführt wurden, gibt es kein anderes Gesprächsthema mehr. Nun, ich setze weiterhin große Hoffnung auf den Boten, den ich nach Ischgard geschickt habe. Lass uns auf seine Rückkehr warten. Toll, was soll ich denn von dem Scheiß nehmen? Die Wachen haben mir etwas äußerst Beunruhigendes berichtet. Francel ist mit einigen seiner Ritter in Richtung Stellane Wacht ausgerückt. Auf Nachfrage hat er behauptet, er wolle einen Drachen erschlagen, der an der Stellanen Wacht marodieren würde. Seltsamerweise ist mir noch nichts über diesen Drachen zu Ohren gekommen. Daher befürchte ich, dass jemand Francel gezielt diese Information zugespielt hat, um ihn in eine Falle zu locken. Bitte geh ihm hinterher und pass auf, dass ihm nichts Schlimmes widerfährt. Mach ich. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Part. Und tschüssi! Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.